Hiho und willkommen meine lieben Zwerge und die Zwerge Freunde zu meinem neuen Let's Play Projekt. Mehr oder weniger, es gab ja bereits ein Let's Test zu die Zwerge. Und dieses Let's Test will ich jetzt als Let's Play, als neues Sonntags Let's Play fortführen. Warum ich mich schon ein bisschen freue. Ich muss allerdings vorwegnehmen, ich habe das Spiel privat schon mal durchgespielt. Ist jetzt aber schon eine Weile her. Ja. Und es war nicht schlecht, das Spiel. Es fehlten zwar ein paar Sachen aus dem Buch, aber im Großen und Ganzen war ich zufrieden. Es hat sich mittlerweile viel an dem Spiel getan. Es ist schon Version 1.2, wie man es hier oben hoffentlich erkennen kann. Ja. Was soll ich noch großartig sagen? Es ist neuer Content hinzugekommen. Was ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe, seit ich das letzte Mal gespielt habe, ist hier das Herausforderungsmenü. Das können wir uns vielleicht am Schluss, nachdem wir die Story-Kampagne durchgespielt haben, mal ansehen. Ich werde unseren alten Spielstand laden. Man sieht, ich habe hier privat ein bisschen was gespielt. Aber ich werde jetzt unseren letzten Test-Spielstand laden, den ich damals angelegt habe. Und dann gucken wir mal, wie wir mit dem vorwärts kommen. Möchten sie den Spielstand wirklich laden? Ja. Wir hatten ja, glaube ich, unseren ersten richtigen Kampf hinter uns und haben unsere beiden... Ähm... Unsere beiden Zwergen-Zwillinge kennengelernt. Und wir haben Ork-Horden. Da müssen wir hin zum Schwarzjoch. Da oben gibt es noch etwas. Die Reiterei des Königs gibt es hier. Und ja, da sind wir hergekommen vom Stollen. Wir müssen uns aber erst mal um Orks kümmern. Die Belager Guttenau. Da ist Deichseldorf. Wir könnten uns also erst mal um die Ork-Horde kümmern. Genau, weil die brauchen nur zwei Tage, um Deichseldorf zu belagern. Die Ork-Horde hier belagert Turmweiler. Und die haben noch fünf Tage, bis sie Guttenauern einnehmen. Also kümmern wir uns erst mal um Deichseldorf. Die Straße führt über einen sanften Hügel. Von einer Kuppe könnt ihr einige Bauernhäuser in der Ferne sehen. Rauch steigt aus dem Dorf auf und die Kampfschreie der angreifenden Orks dringen bis zu euch vor. Hier. Greift die Orks im Dorf an, um Deichseldorf zu verteidigen. Halte die Form der Schlacht fern und setze deinen Weg fort. Nein, natürlich töten wir Orks. Um Beute zu machen und um armen Menschen zu helfen. Und weil wir gerne Orks töten. Und natürlich Erfahrungspunkte sammeln wollen. So. Den Talisman der Heilung gebe ich mal ein Buendal. Buendal haben wir leider nichts, was ich ihm geben kann. Marke Scharte fackt ihr da doch einen kleinen Heildrang. Kriegt er ihn mal. Und ja, die beiden haben eine gute Beziehung zueinander, weil sie eben Brüder sind. Zu Tung Deal fehlt noch die Beziehung ein bisschen, aber das kommt sicher noch. Fähigkeiten sind auch alle okay. Dann starten wir mal den Kampf. Und legen los. Oh ja, das war der Kampf. Ja, ich muss... Äh, nein. Das will ich nicht. Achso, ich kann... ...glaub ich... ...gar nicht. Die verfluchten Trombonenspieler rufen Verstärkung herbei. Nicht mehr lange. Ja. Ein seitlich geführter Schlag, der mehreren Feinden Schaden zufügt. Machen wir erst mal den. Was ist? Ähm... Was denn? Buendal, du springst mal hier rüber. Ach nee, du bist Buendal. Du bist Buendal. Äh. Zu einfach. So. Und jetzt? Haha. Einer weniger. Und du warst Trombonenspieler weg. Pusser. Gah. Genau. Schon fast da. Haha. Wenn der Erste gefallen ist. Haha. Umherz. Kümmern wir uns zu dem Nächsten. Du haust das mal rein. Und dann... Haut mal auf die. So. So. Und baut sie mal wieder weg. Okay. Wir müssen halt auf Tungdiel aufpassen, dass der nicht zu viel Schaden nimmt. Und wenn ich aus Versehen selber hauen. Ja. Kümmern wir uns erst mal um den angeschlagenen Trombonenspieler. Noch klappt das ja. So. Buendal bombt die mal wieder auseinander. Und weg mit dem Trombonenspieler. Und weg mit dem Trombonenspieler. Ich hab gar nicht zu fest zugeschaut. Erledigt. Gut. Du machst den mal vor dir weg. Du kannst du die beiden gleichzeitig. Ja. Sehr gut. Und jetzt? Aha! So schnell bin ich mal ich. Gut. Der ist in Blutrage verfallen. Der kümmert sich ganz um die beiden. Und dann helfen wir noch. Wo ist der nächste? Buendal. Buendil. So. Und war's schon. Mit der Schlacht. Das war jetzt noch relativ einfach. Weil an die Kampfgruppe ich mich noch erinnert. Und dann ist kommen verängstigte Menschen aus ihren Verstecken. Frauen mit in Streifen gerissenen Laken. Und Eimern voll heißen Wassers kümmern sich um die Verletzten. Ein Mann mit blutverkrusteten Unterarmen tritt an euch heran. Mein Name ist Malcheus. Ich bin... Nun... Ich denke, ich bin nun der Bürgermeister hier im Ort. Ohne eure Hilfe hätten wir die Orks nicht aufhalten können. Ich danke euch und bedauere, dass wir euch nichts als Belohnung anzubieten haben. Die nachdenkliche Miene des Mannes hält sich auf. Es sei denn, wenn ihr über den Fluss wollt, können wir euch übersetzen. Jeder hier in der Gegend wird eure Namen kennen. Denn wir verdanken euch unser Leben. Wann immer ihr ans andere Ufer wollt, gebt einem von uns Bescheid. Ihr bedankt euch höflich und verbringt die Nacht als Ehrengäste in Malcheus Haus. Den ganzen Abend kommen Gäste, die euch kleine Geschenke machen und ewige Dankbarkeitsschwörung. Am nächsten Tag brecht ihr, zunächst unter Protesten, dann unter dankbaren Jubelrufen, wieder auf. Ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Gold. Ein kleines Stärkelex hier. Und ein Eintrag für Ablehnung im Süden. Ja, gehen wir das nochmal durch. Sprich mit deinem Zielvater, Lord Ionan. Du findest ihn in seinem Studierzimmer, haben wir abgeschlossen. Dann gehen wir mal kurz die Ablehnung im Süden nach. Der Alpsintorras hat drei Kriegsfürsten der Orksbeauftragten im Süden des geborgenen Landes für Unruhe zu sorgen. Du kannst nicht überall gleichzeitig sein, aber vielleicht kannst du die ein oder andere Horde aufhalten und so das Schlimmste verhindern. Ihr konntet die Horde vernichten, die den Norden Idoslans unsicher machte. Es dürfte lange her sein, dass Zwerge Menschen vor Orks beschützt haben. Ein gutes Gefühl. Und das steht jetzt zweimal da. Ja, ein kleiner Bug noch. Vielleicht liegt es am Spielstand. Oder er wurde die rausgefixt. Weil dasselbe hatte ich auch beim privaten Spiel, den kleinen Bug. So, wir können jetzt über den Fluss sitzen. Genau, hier ziehen sich die Orks jetzt zurück und wollen Kalkbach angreifen. Wenn ich hier hingehe, steht nur noch eine 2 da, also gehe ich zuerst hier hin. Zusammen mit den Zwillingen näherst du dich guten Auen. Eine große Ork-Armee hat das Dorf von drei Seiten umzingelt. Ihr seht Rauch und Feuer und hört die Kampfschreie der Grünhäuter und der Verteidiger. Noch hält sich das Großdorf, doch ihr wisst nicht wie lange. Ja. Wagen in den schwierigen Kampf, um gute Auen zu verteidigen. Hatte die vom Schlachtweg entfernt? Nein. Wieder Erfahrungspunkte für uns. Wieder Beute für uns. Und wir können vielleicht in guten Auen Vorräte kaufen. Weil wenn man alles erkunden will in dem Spiel, braucht man die Vorräte. Hier ist was los. Vor ihnen Bogenschützen, hinter ihnen drei Zwerge. In deren Haut möchte ich nicht stecken. Ja. Gegenstelle sind wie immer verteilt. Er hat, äh, Tungdil hat eine Verletzung. Die anderen beiden sind wohl auf. Wir haben sogar Beziehung verbessert. Dann machen wir erstmal hier das Katapultenblatt. Mal uns mal kurz umgucken. Spring mal hier rüber. Du kümmerst dich um die Orks da oben. Das dürftest du alleine nämlich ganz gut hinkriegen. Nicht hier rumstehen. Da, Ork massakrieren. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. In Ordnung. Okay. Hier kommt dein Ende. Ja? Solltet euch schon ein bisschen verteidigen. Wo ist der nächste? Das ist Pech für dich. Äh. Hat's dich jetzt umgehauen? Ja, hat's. Okay, Tungdil, du ziehst dich mal kurz zurück. Er hat schon mal... Er hat schon mal einen Blutrausch. Das Problem ist, die setzen gerade Tungdil ganz schön zu. Oh. Oh. Okay, ihn zieh ich auch mal zurück. So. Was ist? Bin unterwegs. Und du könntest auch kurz einen Rückzug vertragen. So, und dann die paar Bogenschützen hier weg. Ja. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. So gut wie erledigt. Einmal gepflegter Rückzug, bitte. Und kurz regenerieren. Das ist nämlich das... Das ist das einzig Schöne, dass man, wenn man außerhalb vom Kampf ist, regenerieren kann. Wobei... Seht ihr das, Männer? Das sind Kämpfer. Hey, ihr da unten. Ich schicke euch Verstärkung raus. Zeigt es den Grünen heute. Ja, da kommt uns die Verstärkung. Also schön, bleibt bei uns. Was ist? Jetzt wird's allerdings kritisch. Ja, vor allem für Boindal. Ja? Ja? Stimmt. Undal, könntest du mal... Boindal, hey, ich könnte hier mal deine Äxte gebrauchen. Ja, du... Das Problem ist, du heilst dich gerade hoch. Ja? Was denn? Ja! Ich hab auch zuerst zugeschlagen. Was ist? Mhm. Okay. Das ist immer das Problem. Wenn einer von denen stirbt, wo sehe ich neu laden? Also lade ich jedenfalls neu, weil... Das will ich nicht riskieren. Und außerdem sah es gerade nicht so gut aus. Für unsere Truppe. Ja, das sollte irgendwie hinzukriegen sein. Machen wir es bald. Da. Oh, sauber. Oh, das ist Pech für dich. Na, einer weniger. Ja? Gut. Scheint jedenfalls besser zu klappen gerade. Und jetzt? Hm? Ja, zu einfach. So, Katapult ist weg. Hm? Tung-Deal, du ziehst dich mal zurück und lässt dich dich umzingeln. Äh. Du gehst auf... Machst die Heilung an. Jetzt hauen wir die hier. Sofort. Währenddessen kann sich Tung-Deal etwas heilen. Was denn? Ich hab da nicht so fest zugeschlagen. Und nochmal eine verpassen. Wo ist denn die Hinnerfrau? So, Tung-Deal ist wieder im Rennen. Umher, du. Jetzt müssen wir Poind-Deal mal kurz raushalten. Was ist? Sehr gerne. In Ordnung. Bin unterwegs. So, die werden zwar jetzt gerade ein bisschen beschossen, aber die heilen sich schneller, als sie beschossen werden. Das sind Kämpfer. Hey, ihr da unten. Ich schicke euch Verstärkung. Hm, jetzt kommt die Verstärkung. Das Problem ist, es kommt allerdings auch die gegnerische Verstärkung. Äh, und wir haben wieder Poind-Deal verloren. Hier sollte wahrscheinlich auf einem der Hügel stehen bleiben. Dort können sie nicht in solchen Massen mich umzingeln. Oder ich muss gucken, dass ich rüber zu den Verteidigern komme. Die kommen nämlich hier raus. Also schlage ich mich mal auf diesen Hügel durch. Gut, das scheint gerade zu klappen. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Oh, an den kommen wir gar nicht ran. Scheinbar nicht. Der steckt scheinbar fest. Dann bringen wir halt den hier ins Ultimo. Oh, Togdil ist bewusstlos. Das klappt jetzt eigentlich einiges besser gerade. Nur dass das jetzt gerade daneben ging. Du musst nur hier gerade aufpassen. So, jetzt müssen die noch einen Ork wegmachen. Und da kommt unsere Verstärkung. Und die Orks. So, Wollen. Heute lasse ich mal da reinspringen. Irgendwann schaffe ich es noch, die beiden auseinanderzuhalten.